Wie viele braucht ihr denn? Ich hab Bock mehr auf 4, 5 Ich brauch noch 60 Bosslund Darklums Ich brauch noch 14 und 25 kleine Also über Kristalline Alter, fuck Warte mal Guck mal hier Ist das der hier gewesen? Ist das der hier gewesen, den ich im Klick habe gerade? Der euch weggeknallt hat oder wie? Nö, auf jeden Fall ist der auch hier M.E. irgendwas Ja, ich hab nicht geguckt was das hier ist für eine Forma Äh Quatsch, Forma Was für ein Clan, Mann Ich bin auf dem Weg zu euch Bringt zwar nicht viel, aber ich bin auf dem Weg Hm Greift er euch an? Noch nicht Ach der hier Lord Lord irgendwas Lord Kimi Naja Oh, zwei Bosschrisos Naja Ich weiß wie Puss hat, hau ab! Triton Triton Hahahaha Das willst du nicht Triton Das willst du nicht Das fängt gerade draußen an zu tröpfeln, Alter, ach wie schön Ich hab endlich auf diesen Regen gewartet Ich hab auf diesen Regen gewartet Warum? Die Puss hat steht da hinten übrigens Ne, ich will keine Blumen gießen Keine Lust drauf Hau ne Sau ey Wieso? 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 Ja, warum denn nicht? Ich würd sagen, wenn wir schon einmal hier sind, wir werden mal alles mit dem wachen Und die sind nur die Hälfte Ne, den Puss hat der da oben steht zum Beispiel Ne, den kannst du ja mitnehmen Der schießt ein über 7 Im Stand Wenn der Low ist einfach draufkratschen mit dem Wachen Ne, der hat die, äh, ja, der hat die Krabbe drinne Ah Gucken wieviel Schaden macht denn der mit Saab 25 Soll ich mir die Fighter holen oder einfach das in Gates am Freitag machen? Gates Falter holst du dir später oder so? Genau, Falter holst du dir dann, wenns gut ist Ja, wenn das könnte, oder wenn Rabatt ist dann halt Soll ich den Erstfighter oder Schutzing oder Doppelrat? Falter Hallo Alex, brauchst keine X4 schießen Warum nicht? 2 reicht Nein Doch auf! Nein Na gut, nehm ich X2 Die X2 nicht mal mehr in der Quick-Slot-Leiste drinne Ich hab nur X4 drinne Und Co Gerade Ja, Pussert ist weg, Alter Hat die Pussert euch auch abgeschossen zwischendurch? Nö Ne Ops Nur the Lord Ja und den anderen VRO Lord Wrax Die sind einmal über die Map geflogen und das war's Ne, ich hab'n Ressourcen-Booster, ne Rap-Booster Ja, auf jeden Fall kommt der Typ, der hat gekillt mich Wieso hast du ihn abgeschossen? Ja Hahaha Ach, der Impussert hat euch auch gekillt, man Was ist so schlimm, sie verwechseln wie gestern, ne? Mit Mühe irgendwas Was So ein Elite-Vater gekillt hat Ja sowas Aber auch die Story, ne? Das ist jetzt so witzig gewesen Also, falls jemand von euch beiden Hornochsen dieses Video sehen sollte, ja? Hä? Hast du das aufgenommen? Ich bin grad dabei, ne? Ähm Ich bin grad dabei, ne? Falls jemand das sehen sollte, jetzt einfach nochmal Und ihr uns nicht in Ruhe lassen wollt Und das zeig ich auch mal kurz im Clan, ja? Diese, ähm Doch wahrlich Erzitternde Drohung von euch Dass wir alle Angst bekommen Nicht mal mein Internet möchte das grade laden So, Moment Ich lese vor und ich zitiere Brauch ich eigentlich nicht Ihr werdet euch nie in Ruhe lassen Lä Liebe Grüße mit 3S Löwenherz Black Cobra Elite Fighter Und No... Punkt, Punkt, Punkt Mir egal Dann haben natürlich ein paar Leute den Clan verlassen Wahrscheinlich alles die Und haben einen Clan gegründet Und uns Krieg geschickt Also habt ihr wunderbar gemacht Freut mich sehr Ähm Uns interessiert es nicht Ähm, ja, tschüss Ey, wird easy So Mehr Worten Wied mich jetzt nicht euch zu Bäh Forstsalat Junge Strom Was denn? Ja, Überstreiner Wie, wie macht man das denn sonst jens? To-hitet man das Ding? Es ist ein normaler Überstreiner Nicht Streuner, sondern Streuner Da ist ein Überstreuner Den kannst du nicht one-hit nur to-hit, das dauert ein bisschen Nicht? Mal probieren 5 Millionen EP ist schon geschaffen Mit dem Überkrisis Hä, nicht Überkrisis Auskrisis So Ich wusste gar nicht, dass ein Viech 10 gar Schaden macht Fertig, ne? Das heißt, was ist Überstreiner? Über Kristallin und über Simon Äh Ja Kannst du nicht lesen? Guck mal da oben, den kannst du one-hit in den Überstreiner Ich wünschte mir gerade, ich hätte eine Quest Habe ich aber leider nicht Ich wünsch mir gerade, ich hätte keine Quest Doch, ich habe überall Lordarkia Mensch, und Boss Lordarkia habe ich als Quest Und was habe ich noch? Dreimal Battle Ray Und immer noch die Siebis Ich muss noch 362 Überkrisis und ungefähr 150 Überkrisis Naja, fangen wir an Wir sind da, wir machen mit Nö, Digga, Hades Ja Wenn ein Wochenende ist, Rabatt und Co, suchen wir uns eine nette Hades-Gruppe Oder machen selber einen aus unserem Clan, geht das ja schon fast Schwierig Ich habe gesagt, fast Naja Mach mal eins Muss erstmal die Munition umschalten, nicht X1, X2 Ah, ich schieße X2, will ich einfach zu viel davon haben Ich schieße die Muni Gut, weil wir sowieso fünf Stück Nö Hört sich voll eklig an Ja Das ist so, wenn man sich so vorstellt, weißt du, ne Tentakel, weißt du, die dir ins Gesicht klatscht Das ist halt die ganze Zeit, guck mal, hier ist der VU Da fliegt er wieder weg Dann fliegt er wieder weg Ja, das muss man noch machen Schlimm, Saab wäre ne Idee Ah, ich habe weniger Schild gehabt, deswegen Ne Saab ist ne Idee Warum kriege ich dann jetzt den Damage, das wäre auch Ist über Laudachium leichter als Boss Crystal? Nein Über Laudachium besser Ja, weil wir da alle drauf schießen Ja, tun wir auch, beim Boss Ja, aber ein Boss-Kriso hat nur 1,6 Millionen, äh, Dings-HP und Schild, glaube ich Und das fiel ja 2,4 Ja 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 Und macht mehr damit Nummer 1,2 Millionen hat ne Gamma-Kriso auch Ja Eigentlich gar nicht so viel Dauern halt einfach nur ein bisschen Und wer the fuck nochmal ist deine Uroma Wieso ist der immer bei mir und der FL drin, ich weiß nicht wer das ist Also Uroma, wenn du das siehst hier, melde dich bei mir, wer du bist, ich möchte das gerne mal wissen Hehehe Hat ich ja So 30% beim Upgrade Läuft bestimmt schon ne halbe Stunde der Scheiße Digga, ich will Pokémon spielen wieder Ich auch Aber ich komm nicht raus Du sagst mir hier irgendwas, weißt, dass es erhaltbar ist jetzt im App Store, ja Ich schmeiß die App, die ich vorher hatte, runter, ja, und dann ist es doch nicht da Bei mir ist es drin hier Hehehe Ich hab's ja auch runtergeladen Hoffentlich hab ich meinen Account noch Aber hat man sich ja mit Google, hat man sich ja eingeloggt am besten Ja, ja genau Der Account bleibt ja bestehen, ich hab den ja auch noch Ich bin die App auch komplett gelöscht ab Und äh, jetzt halt runtergeladen aus dem App Store Und Und Ja, 50 MB, es geht ja 50 MB, das sehen wir nach Es geht ja Ich verschwende hier eigentlich grad nur mein Update Aber was soll's Ich hab so viel Promerium jetzt Wenn der Raffinerie arbeitet, so fleißig Ja, ich Ja, ich Überher sehe Promen, dann geh ich jagen Kfxler Hehehe Ja Ja, Virus möchte wieder in die Gruppe Zack Das nehmen wir auch an Mensch Tja, aber unser Clan ist ja inaktiv, ne? Ja, ja Ja Es sind ja auch gerade bloß sechs Leute online Von uns Stimmt eigentlich, wir sind voll inaktiv Naja, nachts um zwei sind dann auch noch mal acht Leute online Ja, inaktiv, ne? Ja Geht so Da muss man nix gegen tun Ja Tut mir leid Snake, wir sind inaktiv Was passiert, ne? Ich hab dich übrigens nie wieder bisher auf der Karte gesehen, was machst du eigentlich? Schreib mir mal ne Nachricht Schreib mir mal ne Nachricht Er hat 150€ Schulden Wo? Bei der Robot Wieso? Er hat irgendwie über... Ich weiß nicht was das war Er hat auf jeden Fall irgendwie gebankt, ne? Aber äh... Nicht bezahlt Meiner Mutter hat kaum gesperrt Ob der jetzt wieder frei ist, weiß ich nicht Geil Läuft bei ihm Naja Naja Naja, Dummheit muss bestraft werden, ne? Dummheit muss bestraft werden Und dann auch noch drei Iris-Drohnen verkaufen, Alter, wie blöd muss man sein Mann, 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 Mann Mann, Mann Plopp Hihihi Hä? Ich bin grad durch ne Mine durchgeflogen, die hier lag Yeah So ne Slowmine Also vom deutschen Chat her Ist unser Clan am meisten vertreten Hm? Im deutschen Chat? Deutscher Chat Ja, wir haben auch ne deutsche Leute, ne? Ja Naja, aber Wenn du jetzt hier mal guckst Sind da alles irgendwelche anderen Leute, aber keine, ähm Keine sechs Leute von irgendeinem anderen Clan Ja, ich seh auch keine sechs Leute aus unserem Clan grad im Globalschreiben Doch, bei mir schon Eins, zwei, drei Äh, vier, fünf Fünf Stück seh ich Also keine sechs Ja, na und Na Jens Stehst aus der Reichweite Ja, Mann Einfach so Ey, weil der nächste YZ sehe ich ja auch nicht im Chat Der heißt ja auch nicht so, der heißt, hab keinen Plan Der gute Mann So Yay, ein Xenomid Äh, ein Lockfall und ein Xenomid Ein Xenomid, jawoll Ich weiß ja nicht, was ihr heute noch macht Ich hoffe, euch hat das Video gefallen soweit Wir sind auf 4,5 jetzt gerade Für die, die es nicht gesehen haben Da steht's Ähm, ich geh jetzt CSGO spielen Macht's gut, tschüss Tschüss